Hallo liebe Teeliebhaberinnen und Teeliebhaber! Heute geht es um unsere Leidenschaft für Tee und die perfekten Teemaschinen und Teekocher, die unseren Teegenuss zu Hause verbessern. Ich hoffe ihr seid genauso begeistert wie ich und findet neue Inspirationen für eure Teezeremonien. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr über Tee und Haushaltsgeräte erfahren möchtet, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Teilt eure Erfahrungen und Ideen in den Kommentaren und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen. Lasst uns unsere Teeleidenschaft teilen und uns inspirieren. Vielen Dank für eure Unterstützung! Der vielseitige Silan Teekocher beeindruckt mit 2200 Watt Leistung für schnelle Wassererhitzung. Der integrierte Überhitzungsschutz sorgt für sichere Handhabung und Unfallprävention. Ein weiterer Pluspunkt ist das Sicherheitsglas, das optisch ansprechend ist und klare Sicht auf den Teevorgang ermöglicht. 100% BPA-frei, also unbedenklich für die Gesundheit. Der Teekocher hat einen Kalkfilter zur Verbesserung der Wasserqualität und Verhinderung von Kalkablagerung im Tee. Der Geschmack bleibt unverfälscht und angenehm. Die vielseitigen Funktionen machen ihn zum Allrounder. Ideal für Teezubereitung und als Wasserkocher für andere Heißgetränke. Leider ein negativer Aspekt. Nutzer berichten von leichter Undichtigkeit an der Teekanne, somit eine mögliche Verschüttungsgefahr. Der Caloric TKG-TKB1023N ist ein elegantes und leistungsstarkes Gerät für Teeliebhaber. Mit 1 Liter Fassungsvermögen können mehrere Tassen Tee gleichzeitig zubereitet werden. Das schlichte schwarze Design passt perfekt in jede moderne Küche. Ein positiver Aspekt dieses Teebereiters ist seine automatische Funktion, die eine einfache Zubereitung ermöglicht, ohne die Zeit im Auge behalten zu müssen. Nach Beendigung schaltet sich das Gerät automatisch ab, was praktisch und energiesparend ist. Die präzise Temperaturregelung ermöglicht die optimale Brühtemperatur für verschiedene Teesorten, was das bestmögliche Aroma und Geschmack des Tees gewährleistet. Der Teerbereiter hat ein integriertes Sieb, das losen Tee zurückhält und eine klare und saubere Tasse Tee garantiert. Leider gibt es einen negativen Aspekt. Gelegentliche Undichtigkeiten an der Basis des Geräts könnten zu leichtem Verschütten führen, wie von einigen Nutzern berichtet. Der Rommelsbacher TA1200 ist ein hochwertiges und vielseitiges Gerät für anspruchsvolle Teekenner. Sein schickes Edelstahldesign fügt sich nahtlos in jede Küche ein und verleiht ihr einen Hauch von Eleganz. Ein positiver Aspekt des Teeautomaten ist die breite Auswahl an Einstellungsmöglichkeiten. Fünf Programme und vier wählbare Brühtemperaturen ermöglichen die perfekte Zubereitung jedes Tees nach individuellen Vorlieben. Die einstellbare Ziehzeit von bis zu zehn Minuten sorgt für die optimale Entfaltung des Aromas. Die Warmhaltefunktion hält den zubereiteten Tee für eine gewisse Zeit auf der gewünschten Temperatur, ohne dass er an Geschmack verliert. Die Startzeitvorwahl ist ein weiteres Highlight dieses Automaten. Man kann die Zubereitung des Tees so programmieren, dass er genau dann fertig ist, wenn man ihn benötigt. Der Rommelsbacher TA1200 wird mit hochwertiger Glasteekanne und Edelstahl-T-Sieb geliefert. Als negativen Aspekt könnte man die Energieeffizienz Klasse B anführen. Obwohl das Gerät beeindruckende Funktionen bietet, könnte es im Vergleich zu anderen Produkten in dieser Hinsicht etwas effizienter sein. Das Teekanne T-Launch System 7171 ist ein modernes und elegantes Gerät für T-Enthusiasten. Mit beeindruckender Leistung und stilvollem Design bringt sie die T-Zubereitung auf ein neues Niveau. In brillantem Silberton verleiht sie jeder Küche eine edle Note. Ein positiver Aspekt dieser Teemaschine ist ihre Kapazität. Mit der Möglichkeit bis zu 7 Tassen Tee auf einmal zuzubereiten, ist sie ideal für den Genuss in größeren Runden oder für den eigenen Verwöhnmoment. Die Bedienung ist einfach. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht bequeme Einstellungen. Die umfangreiche Teesortenauswahl bietet vielfältige Geschmackserlebnisse. Die Zubereitung erfolgt schnell und punktgenau. Die Teemaschine erkennt automatisch die Teesorte und passt Temperatur und Ziehzeit entsprechend an. Das Ergebnis ist ein optimal entfaltendes Aroma und unvergleichlicher Geschmack. Ein weiterer Vorteil ist die einfache Reinigung. Abnehmbare Teile ermöglichen müheloses Säubern und unkomplizierte Wartung des Geräts. Als negativen Aspekt könnte man die Größe der Teemaschine nennen. Aufgrund ihrer großzügigen Kapazität benötigt sie mehr Platz in der Küche, was in kleineren Räumen berücksichtigt werden sollte. Die Karaka Berry Tea vereint traditionelle türkische Teezubereitung mit moderner Technologie. Aus hochwertigem Stahl gefertigt ist sie funktional und ein Blickfang in der Küche. Das Set enthält eine Teekanne und einen passenden Wasserkocher in derselben Roseberry Farbe. Ein positiver Aspekt ist die Möglichkeit türkischen Tee auf traditionelle Art zuzubereiten. Die Teekanne aus Stahl ermöglicht das Kochen auf dem Herd, was dem Tee einen authentischen Geschmack verleiht. Die Verwendung von hochwertigem Stahl garantiert eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung. Stahl als Wärmeleiter ermöglicht eine effiziente und schnelle Teezubereitung. Als möglichen negativen Aspekt könnte man die manuelle Bedienung erwähnen. Im Vergleich zu automatischen Teemaschinen erfordert diese Methode etwas mehr Aufmerksamkeit und Zeit, um den Tee auf die gewünschte Stärke zu brühen. Der Kletronic TK3715 ist ein praktisches und effizientes Gerät, das die Teezubereitung zum Kinderspiel macht. Mit seinen vielseitigen Funktionen und seinem ansprechenden Design ist er eine Bereicherung für jede Teeküche. In einem zeitlosen Schwarzgehalten fügt sich dieser Teekocher nahtlos in jede Kücheneinrichtung ein. Ein positiver Aspekt dieses Teekochers ist der herausnehmbare permanent Edelstahl-Teefilter. Dieses ermöglicht es, Teeblätter oder Teebeutel direkt im Teekocher zu verwenden, ohne dass ein zusätzliches Sieb oder eine Kanne benötigt werden. Dadurch ist die Teezubereitung schnell und unkompliziert. Die kabellose Technik und die 360 Grad drehbare Steckverbindung sorgen für eine bequeme Handhabung des Teekochers. Dies ermöglicht es, den Teekocher leicht von der Basisstation zu nehmen und den Tee komfortabel zu servieren. Mit einer Leistung von 600 bis 720 Watt bringt der Teekocher das Wasser in kurzer Zeit zum Kochen und spart somit Zeit und Energie. Die Kapazität von ca. 1 Liter ist ausreichend, um mehrere Tassen Tee auf einmal zuzubereiten, was besonders praktisch für den Genuss mit Familie oder Freunden ist. Als möglichen negativen Aspekt könnte man die fehlende Temperaturregelung erwähnen. Im Gegensatz zu einigen anderen Teemaschinen bietet dieser Teekocher keine Möglichkeit, die Brühtemperatur für verschiedene Teesorten individuell einzustellen. Der Emerio WK122248 ist ein beeindrucktes Produkt, das durch seine Vielseitigkeit und Leistung überzeugt. Als Testsieger mit der Note 1,3 bietet dieser Teekocher zahlreiche Funktionen, die ihn zu einem Favoriten unter den Teeliebhabern machen. Das ansprechende Design in Schwarz und Silber verleiht ihm zudem eine moderne Ästhetik, die in jeder Küche gut zur Geltung kommt. Ein positiver Spekt dieses Teekochers ist das vollautomatische Teesieb. Dies ermöglicht es, losen Tee direkt im Teekocher zu verwenden, ohne dass ein zusätzliches Teesieb benötigt wird. Die Absenkautomatik sorgt dafür, dass das Teesieb den Tee automatisch zieht und sich nach der gewünschten Ziehzeit wieder selbstständig anhebt, was für ein perfektes Aroma und einen optimalen Geschmack sorgt. Das Borosilikatglas ist ein weiterer Vorteil dieses Teekochers. Es ist besonders hitzebeständig und langlebig, was für eine lange Lebensdauer des Geräts sorgt. Zudem ist das Material BPA-frei und somit unbedenklich für die Gesundheit. Die großzügige Kapazität von 1,7 Liter ist ideal für den Genuss von Tee in größeren Runden oder für den individuellen Teegenuss über den Tag verteilt. Die Temperaturauswahlfunktion ermöglicht es, die Brühtemperatur je nach Teesorte individuell einzustellen, was für eine perfekte Zubereitung verschiedener Teesorten sorgt. Ein möglicher negativer Punkt könnte sein, dass der Teekocher mit 2200 Watt relativ leistungsstark ist und somit etwas mehr Energie verbrauchen kann als weniger leistungsstarke Modelle. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesen beeindruckenden Teemaschinen und Teekochern wie ich. Von den vollautomatischen Teemaschinen bis hin zu den traditionellen Teekochern haben wir eine Vielzahl von Produkten entdeckt, die unseren Teegenuss zu Hause auf ein neues Level bringen können. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Inhalte rund um Tee und Haushaltsgeräte zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und teilt eure Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren. Aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse. Lasst uns gemeinsam die Faszination für Tee teilen und uns auf eine weitere genussvolle Entdeckungsreise begeben. Bis zum nächsten Video. Bleibt gespannt und genießt euren Tee in vollen Zügen. Bis zum nächsten Video.